so leute wir sind zurück panzer schräg moment chillig hier am fahren ab zu d2 mich nicht platt von dem gummi digger und tschüss ich hoffe das ist ein schuss von da also ich komme nicht hoch so wollen wir mal langsam hier vor also nicht der selbstmord was ich eigentlich hier mache scheiße kann man nimmst wo war schon einer zwei vier meine scheiße ich wusste nicht ob links oder rechts ich ballern soll ach ja sooo da sind nur wir beide deswegen nehmen wir lieber c2 3 ein beziehungsweise so 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 Junge, ich will das hier nicht allein die ganze Zeit beschützen. Gut, ich komme weiter. Ich werde direkt mal zerschreckt, mal sehen, was er dann sagt. Nein, das ist Masch oder was? Irgendwo haben wir die Reifen platt. Schon alle wahnsinnig gemacht. Die Karte ist in der Nähe. schneller die haben das eingenommen so noch schon mal wie welche hier haben sie können Alter warum treffe ich den nicht kaum ausgesprochen direkt eingetroffen so 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 Oh, da schießt jemand drauf hin. Sieht zur Zeit ein bisschen schlecht aus für uns. Nein, Alter! Toll, ich war viel zu nah am Gebäude. Im Fette nicht! Toll, ey! AFK oder was? Oder rausgegangen? Alter, ist denn hier los? So, ich war hier noch nie auf diesem Turm. Gehe ich drum. Mal gespannt. Mal rüberspringen, zack! Mit sogar Munition. Ach, das ist doch mal hier richtig hellig. Mal rüberspringen. Nur direkt getroffen, Alter. 200 Meter. Mal rüberspringen. Mal rüberspringen. Mal rüberspringen. Mal rüberspringen. Mal rüberspringen. getroffen kurz eine tage tiefer hier fast tot digga fast tot das hat nur schwein gehabt digga doch 600 Meter und tschüss so macht das doch mehr Fun ich hab den getroffen alter Witte F obwohl ich gar nix gesehen hab ja lol so lass mich vor ruhig hier so 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 250 Meter ich weiß gar nicht ob das einer von uns war oder nicht was ist da los so so 300 Meter sich grad hieß ok so 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 Oh, das ist weg. Okay, das Blatt. Jetzt gehen wir mal da hoch. Nein, 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 nein. Oh, das knallt. Na, das ist schon krass. Wie kann er jetzt ziehen, oder was? Nein, Alter. Da kann die Treppen runter. So starten wir wieder von hier. Okay. 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 Nein, ich glaube, dass wir... so oft im boden waren jetzt wird sich schön weiter jetzt können wir mich auf den turm also die kleine kapelle hier von oben ballern egal was aussieht da wird schon wieder eingenommen da 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 so hier da 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 das ist das Nein, ey, alle doch. Schauen wir mal, wie es hier so auch sieht. Alter, was möchte da? 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 So, dann wollen wir ein bisschen gefördert fahren. Alter, was möchte da? Alter, was möchte da? Alter, was möchte da? Alter, was möchte da? Alter, wie viele da sind? Boah, ich bin... ...den hat in den Kopf bekommen. Alter... ...dassel... 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 Tänk! alter fuck von wo so ganz schön ich wollte wieder hier auf den turmen so ein bisschen ich klettern hier rüber springen ich komme da zwischendurch Ja, gute Runde, du bist.